Ich habe gerade gesagt, wann immer wir neue Produkte kriegen, sollte man eigentlich die Kamera laufen lassen, um so diese ersten Eindrücke mal mit aufzunehmen. Du willst gar nicht mit rauf, dann musst du gucken, dann darfst du, bis hier nur, so hier ist die Grenze, hier ist die Grenze. Ja, wir haben gerade was gekriegt. Ah, ist der Spiegel verkehrt, Mist, ist ja gar nicht, ich drehe das Video, weil ich das mit der Selfie-Kamera mache, Löwenmilch, gerade bekommen, zum Probieren, es riecht interessant nach Mandel, also wirklich gut, möchtest du eine eigene haben? Nein. Nicht? Nein. Ich teste das jetzt, ich traue mich nicht, aber es riecht gut. Also, Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack nach Apfel, Bittermandel und Zitrone. Also, Bittermandel könnte, es riecht gut, es riecht gut. Hier, probier mal. Ein bisschen Rum wieder. Ein bisschen Rum. Mal nehmen 10 Teile Rum, ein Teil Löwenmilch, also zum Kurtrinken, ich weiß ja nicht. Milch. Keine Milch und keine Molke. No milk, drink different. Vegan, lactosefrei, glutenfrei, taurinfrei, geschmacksfrei. Es schmeckt ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, Zitrone ist zu viel. Also, vielleicht kann man gar nicht mal. Mix different. Ich habe hier so ein Zettelchen gekriegt, mit ein paar Ideen, wie man das mixen kann. Also, da. So. Und zwar, Lügenmilch pur, mit Zitronenscheibe, Beeren, Eiswürfel oder mit Wodka. Ich glaube, viel Wodka. Mit Gin, mit Rum und mit Prosecco. So. Also, kann man vielleicht probieren. Aber so pur trinken würde ich das nie im Leben. Also, ich käme nie auf die Idee, mir so eine Dose aufzumachen. Und wir haben es gerade eiskalt gekriegt. Das kommt von draußen. Also, das ist aus dem Paketauto. Es ist kalt. Also, ich würde das jetzt nicht wegkippen, aber. Gluck, 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 gluck. Nein, so schlimm ist ja nicht. Nur trink! Ja, das ist halt einmal pro Seite. Zum Einschlafen. Ja, ob das ein Sortiment kommt bei uns. Ich möchte es bezweifeln. So überzeugt bin ich nicht. Und ich glaube, die Welt wird nicht zugrunde gehen, wenn man so ein Artikel nicht hat. Der ist ein bisschen blöder Ausschnitt, aber die Idee ist gut mit dem Handy. So. Ich lade das mal hoch. So. Das mal hoch. Ich sch defense es nicht. Oder was ich cold den Tisch her? Wie? Dann popst du schnell vorbei.